Basketball Hey Dirk, krasses Jahr dieses 2019. 21 Jahre No. 41 in der NBA. 12 Jahre No. 1 als Chairman für uns Baskets. Und jetzt feiert No. 41 auch noch einen 41. Geburtstag. Wir sagen dir Danke und alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Hallo lieber Dirk Nowitzki, wir sind hier gerade beim Standorttreffen in Leverkusen und ich hoffe, dass du jetzt in deiner Freizeit auch weißt, was anzufangen. Vielen Dank für deine Unterstützung, dass wir zum Camp kommen und spielen und Freizeit haben. Danke, danke dafür, dass es hier dazu beigetragen wird, dass sich Menschen hier treffen können und so viel Spaß am Sport haben können, der auch Dirk Nowitzki so weit gebracht hat. Vor wenigen Tagen ist seine Karriere zu Ende gegangen. Und man kann nur sagen, dass er ein massives Vorbild für so viele Spieler war. Erstmal Gratulation, dass du so lange schon spielst und wir feiern dich alle. Sag einfach Hallo Dirk und dann schöne Grüße aus Würstel. Wo muss ich hier so runter? Hey Dirk, Glückwunsch zu deiner großartigen Karriere. Yo Dirk, ich würde mich mega freuen, wenn du mal zum Standort Ratnow wieder kommst, weil dann gebe ich dir einen guten Döner aus. Hallo Dirk, ich wünsche dir viel Spaß in deiner Freizeit und wünsche dir viel Spaß mit deinen Kindern. Hallo Dirk, wir wünschen dir einen ganz schönen Urlaub jetzt erstmal nach der Saison und wir hoffen, dass du uns bald mal wieder besuchen kommst. Ich wünsche dir Dirk, dass er ein schönes Leben führt und dass hoffentlich auch demnächst mal uns in Leverkusen oder je nachdem vielleicht auch in Bonn, da wo ich herkomme, uns besuchen kommt. Ey Dirk, wir wünschen dir schöne Ferien. Ja, entspann dich, lebe dich zurück. Kannst natürlich trotzdem noch weiterspielen, so ist nicht gemeint, aber auf jeden Fall. Hey Dirk, schlaf erstmal eine Runde und dann komm mal wieder bei uns vorbei. Grüße aus Würzburg und weil du jetzt wieder viel Zeit hast, kannst du dir mal Lillansmühle vorbeikommen auf dem 1 gegen 1, weil ich bin recht gut im Basketball. Ich wünsche dir alles Beste in deiner Freizeit, in deiner Rente. Ey, sag doch auch mal was. Ja, okay, sie findet dich auch ganz toll. Ja, okay. Ja, cool. Vielen Dank.